Der erste Vortrag, den hält der Eugen Neuhauser aus Österreich. Und eigentlich hält er ja keine Vorträge mehr, hat er mir gesagt. Und dann haben wir uns in Friedrichshafen getroffen, haben uns das erste Mal kennengelernt. Ich kannte dich immer nur von den Südlern. Du bist der Ehrenmitglied bei Bergflass Süd und die sagen immer der Eugen und der Eugen und der Eugen. Also die sind richtig stolz auf dich. Und ich habe dich mal vor Jahren in Leipzig gesehen zu einem Vortrag, das war schon beeindruckend. Du warst schon mal in Sachs, vielleicht vor zehn Jahren. Ja, da konnte ich das auch noch nicht so richtig einordnen, ich fand es schon eindrucksvoll. Aber jetzt mit meinem jetzigen imkerlichen Wissen kann ich das gut einordnen. Und dann habe ich den Eugen ein bisschen überreden müssen. Und ich bin so froh, dass er da ist und sein enormes Wissen mit uns teilt. Und wir sind einfach gespannt. Kompetium zur Bienenzucht und Varroa-Resistenzzucht in Europa, habe ich es genannt. Also, du hast jetzt freie Bahn. Wir sind gespannt, was du zu sagen hast. Bist du das? Geschätzte Damen und Herren, liebe Imkerinnen und Imker, eigentlich ist das fast ein Heimmatch geworden. Dino hat es doch geschafft, dass er mich noch einmal, ganz sicher das letzte Mal, in ein öffentliches Forum gebracht hat. Ich habe ja einmal, was ich letztes Jahr bei Backvers Süd als Ehrenmatch gesagt habe, das ist mein letzter Vortrag, den ich halte. Irgendwann im Leben muss man sagen, man muss noch ein bisschen mehr Freizeit haben, man muss sich was gönnen. Ich habe einen sehr großen Betrieb zu Hause. Ja, irgendwo, man wird langsamer, die Zucht wird knapper, die Zeit wird knapper. Und da habe ich einmal gesagt, das Vortragswesen will ich nicht mehr machen, ist auch nicht meine Stärke. Meine Stärke ist, ich würde am liebsten mit euch jeden Tag zu den Bienen gehen, wenn ich Zeit habe. Dort ist meine Stärke, da präsentiere ich, was Sache ist. Reden tun wir viel, wenn wir in der Diskussion sind. Wir überspitzen, wir sagen, es ist alles Eitelwohnung, es gibt keine Fehlerquoten oder wenig Fehlerquoten. Im Alltag sehen wir ja als Profi, jeden Tag passiert etwas. Ich habe eine Philosophie in meinem Leben in der Imkerei, die ich jetzt 62 Jahre betreibe, lange als Nebenerwerb, seit ich in der Pension bin, mit meinem Sohn zusammen, der den Betrieb übernommen hat, als Vollerwerb. Also ich stehe ungefähr 300 Tage im Jahr mit meinen Projekten in Italien, das ich jetzt schon über 20 Jahre betraue mit 1000 Völkern, sind es rund 300 Tage im Jahr, wo ich am Bienenvolk stehe. Sehr viel Zeit und ich denke, da muss man auch natürlich dementsprechende Fähigkeiten haben. Meine Stärke, sagen meine Freunde, die mitarbeiten, das ist die Diagnostik im Bienenvolk, die Ruhe, die Haustrahle, wenn ich im Bienenvolk bin und als Diagnostiker. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn man sich mit Zucht beschäftigt und ich habe im Jahre 88, nach 20 Jahren Kanikerzucht, habe ich den großen Schritt gemacht, wo ich im Nachhinein sage, ich würde ihn sofort wieder machen. Aber es ist natürlich in Mitteleuropa damals die rassistischen Voraussetzungen. Es ging mir persönlich, wir haben Drohungen bekommen, meine Familie hat Drohungen bekommen, also eine, wo ich sagen muss, hoffentlich wird die endgültig beendet. Das war eine ganz harpe Zeit. Trotzdem muss ich sagen, 20 Jahre Kanikerzucht in allen Dingen, das ist einfach, wenn man in einer geschlossenen Population züchtet, dann muss man auch wissen, dass man seine Möglichkeiten hat. Darüber hinaus geht es nicht. Ich kann nicht etwas hineinbringen in eine geschlossene Population, das drinnen nicht vorhanden ist. Es sei denn, man macht, es gibt viele Mutationen, aber wir wissen, dass es nur wenige gute Mutationen gibt und vielmehr schlechte Mutationen. Schlechte Mutationen muss ich wieder durch Heterosis wegbringen, beschleunigt wegbringen, dass das Individuum eigentlich wieder an Lebenskraft gewinnt. Und wer mich kennt, ob das Wissenschaftler sind oder Züchter, die bei mir sind, die wissen, ich bin ein, ich verkörpere das schlichtweg, ich will extrem gesunde Bienen. Ich habe das gestern zum Beispiel in allen Gruppen, in den Bewertungskriterien, ich lese immer, 90% ist die Honigleistung. Da haben wir noch Wirrbau, da haben wir noch die Sanftmut, das ist natürlich wichtig, das ist wichtig. Liebe Leute, das ist alles nicht wichtig, das sind Eigenschaften. Gesundheit ist das Entscheidende, was ich im Bienenvolk habe. Wenn ich das nicht habe, sind alle anderen Kriterien, die zählen nicht. Ein gesundes Volk bringt automatisch in Folge Leistung. Und wenn ich die Leistung habe, dann fängt die Selektion an, aber die Gesundheit ist die Grundlage. Wenn ich die nicht habe im Bienenvolk drin, dann ist die Doktorarbeit und ein Doktor ist dann eigentlich nur noch da, um den Schaden zu minimieren. Ich habe ein Leben lang im Krankenhaus gearbeitet und was macht der Doktor dort? Den Schaden korrigieren, so wie es geht. Aber zurück zum Ursprung komme ich nicht mehr. Und das muss ich wissen, auch in der Bienenzucht, weil die Züchter müssen ja Inzucht betreiben. In der Varroa-Toleranz-Zucht bin ich, wo ich ein Rister heute mal danken muss, auch. Guillaume, der mich betreut seit vielen Jahren, bin jetzt im sechsten Jahr. Und dort habe ich eigentlich am Anfang so richtig draufgebissen und gesagt, diese extreme Eindrohnenbesammlung, wo ich gewusst habe, es ist extrem wichtig in der Zucht. Ich muss feststehen. Aber wir haben dann eigentlich auch noch drei, viermal gesehen, wenn ich nicht in diesen Pool hinein sofort vorgeprüftes Material bringe, zuführe, was Herr Risch, der jetzt Gott sei Dank korrigiert hat. Ich denke, da bin ich ein bisschen beschäftigt, dass das passiert ist. Es geht meiner Meinung nach nicht anders. Ich kann nicht Inzucht, Inzucht, Inzucht machen. Ich verliere Lebenskraft und damit, und das müssen wir mir klar sagen, wenn wir ständig nur auf ein Ding selektionieren, sprich Varroa, was erreichen wir in ein paar Jahren? Wir haben eine Biene, die nicht mehr wirtschaftlich ist. Das laschert uns ja heute an, wenn ich in den Großbetrieben, ich bin ja hauptsächlich in Italien unterwegs, nicht in Österreich oder Deutschland. Ich habe dort meine, durch das Projekt, durch die vielen Großimkereien, die von mir Zuchtmaterial haben, dann wird auch diskutiert. Liebe Leute, die Varroa-Zucht, so wie sie die letzten Jahre gemacht worden ist, egal in welchen Gruppierungen, hat einen katastrophal schlechten Ruf. Ich dementiere das immer und sage, liebe Leute, kommt zu mir, schaut es bei mir an, ich habe vitale Völker. Die Honiggeträger sind, seit wir praktisch am ersten Etappenziel angelangt sind, dass wir viele Völker nicht mehr behandeln müssen. Das Grundniveau, wo null VSH war, wo die Völker sehr anfällig waren, diese Schwelle haben wir jetzt in fünf Jahren überschritten und können heute in der Berufssimkerei sagen, es ist nur noch ein kleiner Teil, den wir beobachten müssten, so schnell wie möglich behandeln müssten. Und behandeln ist etwas, was ich hasse, wie Pol. Ich kann doch, weißt du, gut, wo ich den ersten Vortrag gehalten habe und habe gesagt, in so einer großen Imkerei, das Projekt in Italien, das geht nicht. Nebenbei den Job noch. Trotzdem habe ich, du bist eigentlich schuld, ja. Trotzdem habe ich gesagt, ich muss das machen, weil da sind wir den Bienen schuldig. Wir ziehen seit, bei uns in der Region, seit dem Jahre 87 die Varroa dahin. Ich muss sagen, erreicht eigentlich, wenn ich das heute analysiere, ja, ich sage, wir haben jetzt die Barista-Projekte, wo ich kenne, wo man eigentlich schon gute Fortschritte gemacht hat, obwohl voran natürlich, weil er, ich sage, ein bisschen einen anderen Weg gewählt hat, wie ich, kann man diskutieren. Der eine geht den Weg, der andere geht den Weg. Ich glaube, wir Züchter, uns kann man nicht in eine Schablone werfen. Wer sich mit richtiger Zuchtbeschäftigung, vor allem mit der Kombinationszucht, der wird immer ein Einzelgänger sein, auch als Züchter. Wir diskutieren heute viel unter Züchtern. Jeder hat ein bisschen eine andere Dinge. Entscheidend ist, dass wir zum Ziel kommen. Ich bin einer, der gesagt hat, ich will die Varroa-Toleranz im Großbetrieb von ganz unten nach zwei, drei Jahren, wenn ich dann 40 Prozent Toleranz habe, im gesamten Betrieb als Minimum angesetzt, habe ich vielleicht schon eine Woche weniger, wo ich fürchten muss, dass meine Völker Schaden haben. Dass ich ganz einfach sehe, wenn ich das von Jahr zu Jahr hebe, die Völker sind wieder voller geworden. Der Virus ist im Hintergrund. Das heißt, man kann das nicht mehr vergleichen, als wie vor fünf Jahren. Wir haben immer sehr gute Völker gehabt, dadurch, sonst müsste man keine Zug machen. Aber es sind immer mehr Völker, die wirtschaftlich, die winnen schlecht aus, weil sie zu viel Virus haben, selbst wenn man sie auf Rüberrohr behandelt hat. Ich sehe das so. Jede Linie, die man herausgezüchtet hat, stabil gemacht hat, die eine ist empfindlicher auf Viren, die andere ist weniger empfindlich. Wenn man da die Naturrasten hernimmt, dann sieht man zum Beispiel bei uns in unserem Klima Berge, Wetterrückschläge, Föhnlagen, also ziemlich eine schwierige Gegend, wo man Zucht macht. Aber man sieht natürlich sofort die Fehlerquote, die kommt. Und das ist ein Vorteil gegenüber Gegenden, wo das nicht ist. Das zweite, wo bei mir in der Züchtung das Projekt in Italien, das ist im Bereich von Ametner, runter in den Süden, wo die tausend Völker stehen. Dort haben wir eigentlich 1999 begonnen mit 120 Rheinzuchtköniginnen gegen diesen Mischmasch, der vom Festland nach Sizilien gekommen ist, wo die Bienen eigentlich, das Klima hat sich dort schon verändert gehabt. Wir haben extreme Hitzewellen gehabt, die Völker sind im Winter, haben die durchgebrütet. Im Sommer haben die kleine Einheiten gehabt, dass sie nicht verhungert sind. Und dann haben wir mit diesem Projekt gestartet. Und da werden jetzt sicher viele Züchter, die heute da sitzen, sagen, Ach, du bist verrückt, was du jetzt sagst. Aber diese sogenannten Ökotypen gibt es nicht. Schmiert das endlich aus eurem Ding. Ich habe auf der ganzen Welt, von Mexiko bis, weiß der Teufel nicht wohin, haben die Großsimker von mir Bienen. Auf Anhieb haben wir in Sizilien durch das Projekt eine Leistungssteigerung von ungefähr 60 Prozent gehabt. Die Bienenvölker, die Populationen sind im Sommer nicht mehr runtergefahren. Wir haben mit Populationen gearbeitet, die sehr futtersparsam waren. Das habe ich sicher von Adam als Ersten übernommen, weil ich habe ein Leben lang Bienen gefüttert in einer Gegend, wo einmal sehr wenig kommt. Das heißt, heute noch ist der Futterverbrauch ganz wichtig. Auch für die Züchtung einer langlebigen Biene frisst sie viel, lebt sie kürzer. Das kann man nicht ganz generalisieren, aber meistens ist das einfach so. Wir sind jetzt in einem Projekt mit mehreren russischen Rassen seit Jahren und wir stellen fest, dürfte auch für euch interessant sein in der Varroa-Züchtung, auch wenn man innerhalb der Kanika oder Ligustika ist, also sprich den gezüchteten europäischen Rassen, dass man ganz einfach die winterfreie Brutzeit, die muss ganz schnell verlängert werden. Also wir sind heute im Betrieb so weit, dass unsere gezüchteten, durchgezüchteten Linien von Ende September, 1. Oktoberwoche auch im letzten Jahr absolut brutfrei sind und die Brutperiode nicht vor 20. Februar begonnen wird. Das heißt, eine sehr lange Winterruhe, wo die Völker extrem ruhig sitzen und dadurch brauchen sie natürlich auch wenig Futter. Das haben wir eigentlich durch die russischen Bienenimporte von Jenisai vor rund zehn Jahren, wo wir die Ural importiert haben und vor allem jetzt durch die Mongolen gegen die letzten Jahre haben wir gesehen, dass diese Biene auch in unserem Klima diese Winterruhe ohne jedes Problem in jedem Jahr einhält. Und das ist natürlich von entscheidendem Vorteil, wenn man in der Varroa-Zucht weiterkommen will. Das heißt, die Varroa hat schon eine sehr, sehr lange Zeit, wo sie sich nicht vermehren kann. Das heißt, wenn man dann die Projekte dazu nimmt, welches Projekt das schlussendlich zum Greifen kommt. Ich bin momentan immer noch, das, was ich mit der Rist jetzt fünf Jahre professionell erlebt habe, durchgemacht habe, denke ich, es wird eines der Projekte sein, das momentan für mich führend ist. Euer Projekt, das ich heute Vormittag gesehen habe, ist sicher ein hochinteressantes Projekt. Da ist aber die Organisation wahrscheinlich natürlich gewaltig, was da gemacht werden muss, die Leute ständig zu motivieren und hinzukommen. Aber ich denke, das kann auch Erfolg haben. Schwieriger habe ich gesehen gestern, wenn ich das nur kurz analysieren darf, die Basissuchtgruppen. Ich habe mich schon vor 20 Jahren, denke ich, oder 15 Jahren mit Dr. Jupp von Prag ein sehr guter Freund gewesen, aber dort war ich absolut nicht seiner Meinung, dass man mit Basissucht über kurzen Zeitraum Erfolg haben kann. Weil ein Versäumnis ist in der Basissucht, ein verlorenes Jahr, Minimum. In der Barorzüchtung sehe ich das so in der Basissucht. Das könnte natürlich gelingen, aber wir gehen immer vom besten Fall aus. Nehmen wir jetzt. Wir haben in Italien, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, ich weiß nicht, wie viele Anrufe ich die letzten Wochen bekommen habe, Mails, wie viele Bienenvölker in diesem Winter schon gestorben sind. Also ich weiß sicher Bescheid über 10.000. Wenn ich in einem Basissuchtgebiet bin, irgendwer muss diese Bienen ja kompensieren. Wir können nicht sagen, wir decken das aus dem eigenen Bereich heraus, wo der Basisring ist. Das heißt, wir müssen importieren. Und die kommen mit Königinnen rein und die werden verschieden kommen, wie das Angebot reinkommt. Sind Bienen überhaupt erhältlich? Kommen sie aus Südfrankreich? Kommen sie aus Italien? Wenn sie der deutsche oder österreichische Markt nicht abdecken kann, werden sie von weiter her kommen. Die Leute wollen Bienen. Das heißt, wir stellen diese Bienen in unser Basisprojekt hinein. Und die werden Drohnen machen. Auch wenn sie verhindert werden. Ich habe noch niemanden gesehen, der die Drohnen so verhindert kann. Man könnte natürlich Bauten bauen, wo man Drohnensperren macht, Waben ausschneidet. Aber das muss halt einfach gemacht werden. Und da sehe ich einfach eine Riesending, dass die Imker mitmachen, dass das passiert. Selbst wenn drei das nicht mitmachen, dass es nicht funktioniert, ist das ganze Projekt gefährdet. Und es wird um Jahre verlängert. Und ich würde nicht so gegen die Basiszucht wettern. Aber wir haben da draufgeschrieben, 2033. Und nachdem ich ganz einfach ein Leben lang Zug betreibe, ist das schon ein sehr gewagtes Ziel. Bis 33, ich sage mal, bis in die Basis hinaus, bis zu dem, der zwei Völker hat, sagen, wir versuchen, bis auf die normale Mortalität, 90 Prozent unserer Bienenvölker endlich weder warroa dezimiert oder frei. Und vor allem, wie gehen wir mit dem Virus um? Das haben wir gestern einfach auch in keiner Gruppe gehört. Ich betrachte heute in der ganzen Varroa-Geschichte und ich denke, da wird man die Wissenschaft recht geben, und da werden wir die ganzen Profis, die hier sitzen, recht geben. Der Virus ist ja an und vor sich der Killer unserer Bienenvölker, nicht die Varroa. Die Varroa ist vor 20 Jahren, haben wir 10.000 Milben gehabt. Der Virus war nicht so schlimm, die Völker haben überlebt. Und das ging weiter im nächsten Jahr. Die, die was aufgepasst haben, also ich habe in meinem Leben, denke ich, noch keine 10 Bienenvölker verloren. Und ich spreche doch von Einheiten von rund 1.000, die ich betreue. 500 Prüfvölker und dann die ganzen Bienenproduzenten und da kommen die Ableger und weiß ich was dazu. Das Varroa-Projekt kommt dazu. Das heißt, wenn man so viele Völker schaffen kann, denke ich, müsste es auch im Kleinen möglich sein, dass man besser auf die Bienenvölker aufpasst. und ich habe das gestern eigentlich, vielleicht war ich nicht konzentriert, habe ich auch nicht gesagt, in jedem Projekt, bitte sagt es den Leuten, wie früher im Jahr. Wir haben heute elektrische Stockwagen. Wir kennen uns in der Natur aus. Brecht doch bitte die Trachtding ab, wenn nichts mehr zu erwarten ist. Und jeder Tag, wo ihr das früher macht, werden eure Völker weniger Probleme haben. Seit wir wissen, Gott sei Dank, ein Wissenschaftler oder ein Doktorand in diesem Globus ist der vom herkömmlichen Ding, in einer Generation bringt man seinen Zieherrn nicht um oder widerspricht ihm nicht. Gott sei Dank haben wir Samuel Remsi, dass dieser Mann endlich das korrigiert hat, was die alte Wissenschaft ganz halber fehlimprittiert hat und das Millionen Bienenvölker das Leben gekostet hat. Weil wenn das Fetteiweißpolster der Nährboden ist für die Varroa, dann heißt das ja ganz logischerweise, wenn ich spät im Jahr Fetteiweißpolster produziere, dass ich gute Wintervölker habe, und da haben wir bekanntlich drei Generationen, bis wir ein vollwertiges Fetteiweißpolster haben, das ein Bienenvolk ohne Problem durch den Winter geht, ist die Varroa zu spät behandelt und wird während dieser Aufbaufase des Wintervolkes das Fetteiweißpolster so geschädigt und der Virus parallel dazu steigt, dann muss ich doch gar nicht mehr Varroa behandeln. Ich sage heute jedem, wenn einer am 15. August noch keine Diagnostik hat und seine Völker nicht auf Winterpflege stellt und dementsprechend da arbeitet, Leute, wieso tut sie dann noch was? Da müsst ihr nichts mehr machen, da hilft auch keine Chemie, da hilft gar nichts, das Fetteiweißpolster ist nicht da, bestenfalls hat sie noch Bienenvölker, die auf drei, vier Waben überwintern. Wo liegt dort deine Wirtschaftlichkeit? Ich habe in meinem Leben durch die Berufssimkerei gelernt, wirtschaftlich zu arbeiten nicht. Mir hat noch nie einer einen Euro gebracht. Das heißt, wenn man so arbeitet, selbst im Großbetrieb, jeder Tag, wo ich früher meine Völker abgeräumt habe und die erste Grundversorgung habe, umso sicherer überwintere ich. Die, die hier sitzen, die wissen ja, wenn ich Vorträge halte, das ist sehr provokant, was ich da immer sage. Wenn Sie ordentlicher Imker sind, dann haben Sie zwei Sachen und dann können Sie sich dort einstufen. Im zehnjährigen Ergebnis ein Prozent Windrausfall und ein Prozent Schwarmabgang. Wenn ihr diese Sachen habt, dann seid ihr wirtschaftlich gut aufgestellt und dann gehört sie zur Elite der Imkerei und die, die das nicht haben, bitte tut sie etwas dafür. Ihr tut das für die Bienen. Ich mache keine Vorträge für die Imker. Imker sind schlecht ausgebildet und da gibt es andere Leute, wo Imker ausbilden. Da fällt es oft schon an der Grundschule. Hier sind ja lauter Leute, das sind Funktionäre, ihr hört zu uns an, ihr macht euch eine Meinung, geht es wieder nach Hause, aber geht es nach Hause, und schaut, ob das in Österreich, Deutschland, Italien ist. Es ist katastrophal, wenn ich in die Betriebe reinkomme, wie das Ausbildungsniveau der Imkerei ist. Da kann mich jeder anzetteln, wie er will. Ich sehe ganz selten gut ausgebildete Imker und das beginnt doch, wenn ich einen Beruf habe, dann muss ich mich spezialisieren. Dann machst du eine normale Schulbildung, dann machst du eine spezielle Ausbildung, dann mache ich Management, dann muss ich natürlich, wenn ich Management habe, dann muss ich wirtschaftlich etwas machen, dass ich auch meine Zahlen bringe, dass ich meine Arbeit und meinen Betrieb im Leben erhalten kann. Bei Bienenvölkern, natürlich sagen die meisten, wir machen das als Hobby. Auch ein Hobby macht mehr Spaß, wenn eine wirtschaftliche Abdeckung da ist. Ich möchte auch nur dazu sagen, ich bin ja an und von sich spreche ich dagegen, weil wir haben ja heute diese Päpste in Österreich, Deutschland, die Imkerausbildung machen, wie sie alle heißen mögen. Wir haben die Biene die letzten 25 Jahre zu einem Zugziel gemacht, wo eigentlich jeder Idiot Honig machen kann. Wir haben mit dem Sheeding, das ich selbst mit Hans Behr damals durchdiskutiert habe und das dann seinen Weg genommen hat, mit dem Sheeding haben wir ganz sicher vielen Imkern verholfen. gemacht habe ich es damals, dass ich in Notzeiten in meinen Bienenvölkern in schlechten Lagen eine Futterversorgung habe, weil ich den Brutraum einfach so eingeengt habe, dass die Bienenvölker, weil sie mehr Flugbienen hatten, in den paar Tagen Frühtracht, wo sie hatten, eine Notreserve machen und die eingelagert ist. Nicht um den Honig zu klauen. Wenn ich das heute sehe, wenn ich in Italien bin, tausend Völkerbetriebe, die Akazie wird abgeräumt. Zwei Tage nach dem Abräumen der Akazienvölker, wenn nicht sofort Futterpaket aufgelegt wird, sind tausend Völker tot. Außer es sind zwei, die am Umweißel sind und wo keine Brut da ist. Leute, wohin sind wir gekommen in der Imkerei? Wollen wir Hühnerzüchter werden, wo von der ganzen Ding angegriffen wird? Ich habe das in meiner Jugend gemacht, ich habe Hühnergenetik gemacht. Für meine Eltern im Betrieb zu Hause habe ich in Belgien Hühnerzucht gelernt. Und wenn wir heute wissen, in der Hühnerzucht haben wir heute in so vielen, in so vielen Tagen so viel Kilo Zunahme. Und da gibt es keine zwei Tage Unterschied. Der Futterplan ist vorgegeben, das Vitamin ist zugegeben, das Antibiotikum ist zugegeben. Wenn ich heute höre, im Jahre 2024, dass unsere Bienenvölker, wir haben drei Gründe natürlich, die Umwelt hat, das Protein im Pollen runtergedeckt, das ist nicht mehr so wertvoll. Wir müssen Protein geben, wir müssen Mineralsalze geben, wir müssen Vitamine geben. Das heißt, das Bienenvolk hängt heute bei sehr vielen Betrieben am Futterbord, am Vitaminbord. Das hat genauso eine Rezeptur, dass es bis dann und dann diese Leistung bringen kann. Da hat natürlich keine Züchtungerberechtigung, da muss ich sagen, dann würde ich mir lieber wünschen, die Biene würde wieder zurückgehen, dort wo sie mal war, und zwar, wo ich begonnen habe zu Imkern am Bodensee, direkt an der Schweizer Grenze. Da hat sie dicke Lodenhosen gebraucht, richtig dicke, wie im Winter, weil die Bienen so gestochen haben, dass sie am Bauernhof Hundekänze, Enten, die sind in die Teiche geflüchtet, wenn ein Gewitter im Anmarsch war. Vielleicht wäre so eine Biene wieder gut, dass der Imker weniger zu den Bienen geht. Vielleicht hätte die Biene wieder ein bisschen mehr Ruhe, und es würde in der Imkerei vielleicht wieder einmal, viele würden ausscheiden, weil sie Angst haben ohnehin, und vielleicht hätte die Biene dann noch eine Überlebenschance, so wie das momentan ist, sehe ich ganz, ganz schwarz, weil so wie ich die Menschen kenne, wenn die Ausbeutung vorbei ist, das Produkt nicht mehr gefragt ist, dann lassen wir sie einfach krepieren. Das ist halt so, ist ja beim Menschen auch nicht viel anders, leider Gottes. Ich gehe jetzt in die Projektvorstellung, sonst wird es wirklich zu lange, ich habe Dino gesagt, ich mache ein paar Worte, aber es ist halt meistens so, dass ich was dazu sagen muss, dass er sagt, der Verrückte war wieder da und hat uns Maß geregelt, aber ein bisschen Maß regeln darf man in dem Alter mit der Erfahrung und ihr nehmt mir das sicher nicht übel, denke ich, sonst bin ich nicht böse. Wir haben also, wie gesagt, 20 Jahre haben wir eigentlich Varroa-Selektion gemacht, wir haben eigentlich selektioniert, alle Bienenvölker, die viel Varroa hatten, wir wurden damals schon umgeweiselt und dann die weitere Selektion war, die Langlebigkeit zu verbessern. Wir haben Anatoliker gehabt, die haben eher zu viel Langlebigkeit gehabt, was aber zum Beispiel im Schwarzwald in den Tannentrachten von unheimlichem Vorteil war, wenn man sehr starke Völker auch nach der Tannentracht noch in den Winter gebracht hat. Die Völker haben im Schwarzwald eigentlich immer sehr gut überlebt, wo andere Völker praktisch in die Knie gegangen sind. Das war also das Erste, was wir gemacht haben, dass wir geschaut haben, was passt bei uns. Vor allem hat man die Auswinterungsstärke, das ist heute noch, jedes Volk wird bewertet an der Auswinterungsstärke, wenn ein Bienenvolk im Herbst bei der Varroa-Benzählung bei der Auswertung nicht dramatisch war und im Frühling sitzt das Volk auf vier Waben, so ein Volk hat bei mir keine Berechtigung. Das ist keine Wirtschaftlichkeit, solche Bienenvölker haben entweder große Virusprobleme und ich bin fix der Meinung, dass der Virus so verrückt geworden ist die letzten Jahre, speziell in Italien sehe ich das auch in den Großimkereien, dass immer mehr Völker sind, wo einfach auf drei, vier Waben auswintern, obwohl die eigentlich relativ früh, Italiener behandeln ja sehr viel mit diesen Oxalsäure Streiften, zweimal im Jahr und dazwischen einmal sperren eigentlich, das ist normal, sonst geht das dann nicht mehr in der südlichen Hemisphäre und trotzdem sind die Völker eigentlich schwach. Also das haben wir versucht in unserem Betrieb, dass wir zumindest 80% der Völker richtig starke Völker haben. Starke Völker heißt für mich elf Waben im Dadanz, ich habe Thermoschide drinnen, sind manche Züchter nicht so erfreut, wenn man Thermoschide hat, ich muss wirtschaftlich züchten, ich muss überleben, eine Biene, die kein Imker hat, der sie füttern kann oder pflegen kann, hilft der Biene auch nicht. Also wirtschaftlich ist ein Schied für mich darum, wenn ich schwächere Völker habe, werden sie geschiedet, werden im Frühling im geschiedeten Ding, zu einer Eigenversorgung von Honig gebracht und damit bringe ich diese Völker über die saure Gurkenzeit bis dann Gebirgstrachten oder eben der Schwarzwald oder irgendwas kommt, dass diese Völker eine Wirtschaftlichkeit bringen. Also das ist für mich, ich bin ein Wirtschafter, ich will, dass jedes Bienenvolk sich zumindest selber erhalten kann, auch in schlechten Jahren. Zucker reinschütten während der Vegetationsperiode, sowas gibt es bei uns nicht. Ich herrnte ein paar Tonnen Honig mehr, fülle jetzt um diese Zeit die Honigtasten, lasse die fest werden und die Bienenvölker bekommen, wenn es Not ist. Vor allem natürlich komme ich nachher dazu zu den Belegstellen. Wir haben drei Belegstellen, Reinzugbelegstellen und dort werden die Drohnen natürlich alle mit Honig aufgebaut, nicht mit irgendeinem anderen Dreck. Es gibt gute Drohnen, es gibt gute Begattungsergebnisse und vor allem gibt es vom Aufbau her sehr, sehr schöne Bienenvölker. Also wie gesagt, elf warten ist Wunsch. Wenn es mal nur zehn sind, es gibt solche Jahre, kalte Frühjahre und so weiter, muss man sich überlegen, geht es noch weiter? Ich möchte nicht Bienenvölker mit Druck groß machen, man schaut ihnen als Züchter zu, was die Biene will. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir akzeptieren, was die Biene will und nicht, was wir wollen. Dann hat man eigentlich in Rimmkereich schon sehr viel gewonnen. Also wie gesagt, elf Waben plus einen Aufsatz Honig und Zufütterung noch im Spätsommer, dass wir auf circa 38 Kilo Futterversorgung kommen. Die Bienenvölker müssen voll sein, auch jetzt. Bienenvölker, die so geführt sind, das haben wir noch vom Altpräsidenten Ries gelernt. Der hat gesagt, ich habe nur die Frühtracht und ein Bienenvolk muss so vorbereitet sein, dass es ab dem ersten Tag von der Durchlänzung Honig tragen kann. Und da bin ich bis heute bei ihm, wenn wir heute die Klimaveränderung hernehmen. Wenn ihr die ganzen Dinge anschaut, die Blühzeiten, wir haben am Bodensee, haben wir jetzt die Blühzeiten bereits zwischen zehn in Extremjahren 14 Tage vorverlegt. Wenn wir die Populationsentwicklung anschauen, wenn die Brut, die Mitte Februar eingesetzt wird, bis die schlüpft, wenn wir die 40-Tage-Regel immer wieder laufen lassen, dann sind diese Bienen produziert in einer Zeit, wo wir keine Tracht mehr haben. Am 17. April langjähriger Schnitt habe ich im Rheintal Wüste. Da kein Bienenvolk, kein Tropfen Nektar. Wenn ich nicht sofort abwandere in den Raps oder in die Höhenlagen in den zweiten Löwenzahn, verhungert das Bienenvolk. Das geht keine Woche, dass bei dem Brutstand der Zarge runtergefressen ist, wenn ein Winterrückschlag kommt. Das sind harte Bedingungen. Darum brauchen wir Bienenvölker, dass wir sofort gute Herbstvorbereitung, gute Genetik. Es gibt einfach Bienenvölker, die machen wenig Winterbienen, mittelmäßig Bienen. Ich will viele Bienen. Und ich habe es selber in der Hand. Wir haben drei Belegstellen. Ich selektioniere die Drohnen. Auf die Belegstelle kommt das, was der Betrieb braucht. Das ist ganz entscheidend, dass man das jedes Jahr aufs Neue selektioniert. Die Drohnenvölker werden ein Jahr geprüft und erst und erst zweiten Jahr nach einer Feinselektion werden die Drohnenvölker auf die Belegstelle gebracht. Das ist alles nicht neu. Das hat uns Bruder Adam vor 40 Jahren noch mehr haben wir das eigentlich gelernt. Welche Belegstelle in Deutschland oder in Österreich hat zwei Jahre selektionierte Drohnen? Ich sehe nichts. Warum haben wir zwei Jahre selektionierte Drohnen? Es gibt nicht, wenn ich 60 Töchter mache und die ein Jahr selektioniere, ein paar fallen nur aus, das ist einfach so, ein paar sind Gott sei Dank nicht so einheitlich, dass wir alle gleich haben. Mit der Singletrohnenbesammlung wird es immer enger. Das habe ich jetzt auch gesehen im Ding. Aber es wird immer ein paar Gott sei Dank geben, die mir nicht auf der Belegstelle hinpassen, obwohl das Schwestern sind. Das heißt, durch die Feinselektion kann ich das ausschalten und habe im zweiten Jahr zwar das Risiko, dass die eine oder andere irgendwann aussteigen kann. Dafür hat man ein paar Reservevölker zu Hause, wo man Drohnenwaben machen lässt und dann hat man sie zumindest zur Verfügung. Für die Besamung, ich glaube, dort haben alle, wo eine Drohnenbesammung gemacht haben, wo vorher nicht schon Besamung gemacht haben und als Züchter eine Drohnenbesammung gemacht haben. Ich habe sehr spät begonnen eigentlich mit einer Drohnenbesammung. Ich habe dann lieber gesagt, gebe ich auf die Belegstelle einen Volk. Das ist eigentlich ein altes Ding, wo ich noch Belegstellenbetrieb gelernt habe, haben wir einen Volk aufgestellt und dann hat man zuerst das Zuchtding, was man gebraucht hat, praktisch diese Entzüchtung gemacht und die Eindrohnenbesammung gibt uns natürlich zehnmal sichere Möglichkeiten. Aber wie gesagt, die Gefahr ist immer bei viel sicheren Möglichkeiten, dass man das überschreitet. Und wenn wir es überschreiten, dann haben wir ganz einfach ein Problem. Dann haben wir ganz einfach Bienenvölker, wir sehen das, wenn wir, die meisten sehen das nicht, wenn sie wie gesagt in einer geschlossenen Population züchten, in einer offenen Population, sehe ich natürlich viel schneller, wenn Bienen anfällig werden. Wenn ich zweimal, dreimal, viermal den Rezykop mache mit der Eindrohnenbesammung, wir haben das eigentlich nach dem zweiten Jahr, habe ich gesagt, ja, lieber Gouillon, alles schön, was ihr mir erzählt, aber ich will vorselektionierte Drohnen in das Projekt einbringen, die auch keine Milben haben und wir haben die Eindrohnenbesammung immer mit neuem Material gemacht. Das ist verhaltensgeprüft, das ist, ich sage, fünf, sechs Generationen im Betrieb ist das geprüft, die Völker haben kein Problem, aber das ist natürlich wieder, wer kann das machen, das heißt, es können eigentlich nur, wenn große Gruppen sind, die dementsprechend viele Völker haben, die dementsprechend viele Linien führen, dann kann man auf diesem Weg, denke ich, unheimlich schnell sehr gute Ergebnisse bringen, ohne dass man in Inzucht geht. Also, ich habe einleitend gesagt, wir haben einen ganz schlechten Ruf in der Varroazucht, weil man sagt, Varroaselektionierte Völker, die keine Milben haben, bringen auch keinen Honig. Können Sie in Italien in 20 Großbetriebe gehen, über 1000 Völker, will keiner, auch nur geschenkt, eine Varroaselektionierte Königin. Erst seit ich jetzt eigentlich vorselektioniertes Material aus dem Gegenbetrieb, also aus dem Programm, gebe ich keine Königinnen her, weil diesen Dumpingpreis verkaufe ich keine Königinnen. Aber ich habe natürlich im ganzen Betrieb durch die Anfahrung ist die Schwelle gestiegen und das merken die Leute und jetzt sind die ersten Leute und das verkauft es bitte endlich so, dass in allen Gruppen, egal wie ihr es macht, verkauft endlich. Selektionierte Bienen auf Varroa bringen eine höhere Leistung, wenn es richtig gemacht wird. Und das können Sie bei mir aus den ganzen Ergebnissen Leistungsprüfvergebnisse in allen Linien hat, wo die Varroa kein Problem mehr spielt und der Virus dadurch niedrig gehalten ist, haben die Leistungen sehr stark zugenommen. Ich würde also sagen, sicher bei 20% im Durchschnitt ist die Leistung gestiegen und 20% sind in einem Wirtschaftsbetrieb sehr viel. Also wenn ich die Leistungsprüfungen sehe, im Kanikerbereich, im Ligustikabereich, wenn ich die Zahlen sehe, erschrecke ich meistens nicht. Vielleicht ja, ich denke, wie könnte ich da meine Imkerei finanzieren. Ich will aber nicht damit Leistungsprüfungen oder Bienen schlecht machen. Wenn ich Kaniker imke, wird sie genauso viel Honig machen. Wenn ich Ligustik imke, wird sie genauso viel Honig machen. Ich habe nur mit der Kombinationszucht mehrere Möglichkeiten. Das muss man ganz klar so in den Raum setzen. und darum sage ich zu gestern, zu heute. Der erste Schritt, den wir machen mussten, Dr. Büchler hat es heute gesagt, das hat mir sehr gut gefallen, ihr müsst zuerst aufeinander zugehen. Sprecht miteinander. Ich bin als Backfast Imker, ich rieche nicht schlechter wie ein Kanneckerimker, ich rieche nicht schlechter als wie ein Melifikerimker oder ein Ligustikerimker. Komischerweise im gesamten Ausland, wo ich bin, ob ich in Russland bin, ob ich in Italien bin, egal wo ich bin, da sitze ich mit Kanneckerleuten zusammen, wir diskutieren Suchpläne, wir arbeiten Konzepte aus. Nur hier in Österreich, ich kenne drei, vier, man grüßt sich, aber dass man da ein Problem miteinander bespricht und diskutiert. Dort sind wir nicht, und ich kenne die deutsche Situation, sie ist nach wie vor leider nicht viel besser. Im Deutschen ist man in manchen Gebieten ein bisschen toleranter geworden, so wie ich Deutschland kenne, aber es ist noch kein wesentlicher Fortschritt da, damit eine intensive gemeinsame Zusammenarbeit stattfinden kann. Bitte macht es das, sonst sind Projekte wie diese von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und wenn fünf gute Wissenschaftler gute Projekte machen, versuchen, dass sie weiterkommen, wenn wir super Besame haben, wenn ihr an der Basis nicht mitarbeitet und nicht bereit seid, das hundertprozentig zum Umsetzen, dann geht der Wissenschaftler gescheitert nach Habrike und schaut dort, wieso die Bienen dort mehr Wachs machen oder weiß ich was und macht der Physikus Arbeit dort. Würde ich auch machen. Wir haben gestern Abend kurz diskutiert, ich bin sehr offen, ich gehe auf Wissenschaftler zu, ich bin in Italien mit Genetikern, Wissenschaftlern, Virologen, alles zusammen, ich bin wahrscheinlich der einzige Berufsämter, der den Herrn Wissenschaftler sagt, du, ich wünsche das von dir. Ich verlange, dass sie in der Praxis mit mir am Bienenvolk arbeiten, vielleicht können sie irgendwann nach fünf Jahren den Schleier abtun und die Handschuhe, dass sie endlich einmal Bienen klar sehen, ob sie lange Flügel haben oder kurze Flügel oder gar keine Flügel haben. Also die Wissenschaft ist gefordert, intensiv auf uns zuzugehen und wir sind gefordert, die Wissenschaft zu fordern, wir geben Steuergeld raus, wir finanzieren Institute und dann wollen wir auch endgültig dort, wo wir finanzieren, etwas profitieren und das ist unsere Inkerei. Ich glaube das ist zwingend, dass ich das sage, wenn es sonst niemand sagt, aber es muss endlich gesagt werden. Nurgert ein Leben lang zu knicken und hinausgehen und die scheiß Wissenschaftler, ich kenne die Meinungen, das hilft nicht, das hört er nicht, wenn er ignoriert wird, hört er das auch nicht. Ja, vielleicht von einer Gruppe, da kommt kein Input, da kommt gar nichts. Wir müssen endlich beginnen zu fordern, ob der Sex-Doktor-Titel hat, ist mir komplett wurscht. Ich bin der Prof in der Praxis, er hat meine Wünsche einzubringen und zu sagen, das können wir da machen. Das ist ein normaler Job, wenn ich im öffentlichen Dienst bin, wenn ich angestellt bin, dass ich das Ergebnis bringe, was ich will. Das ist ein Gruppenwunsch und dieser Gruppenwunsch hat erfüllt zu werden und ich glaube, hätte man das vor 30 Jahren getan, wären Millionen Völker nicht gestorben, die Wirtschaftlichkeit der Imkerei wäre um Ecken besser und die Wissenschaft könnte sich populieren weltweit, weil wir gute Wissenschaftler haben, weil sie praxisnah orientiert gearbeitet haben. Ich glaube, ich habe jetzt genug geschumpft, nicht über die Wissenschaftler, ich habe mit euch geschumpft, weil ihr unfähig seid, sie zu fordern. Liebe Leute, gehen wir zum Projekt, das ist wirklich nicht so lange geht, also wir haben die ersten drei Jahre, wo ich mit der Risto, wo ich natürlich einen sehr großen Dank ausspreche, weil ich nicht sehr einfach immer zu handhaben bin, weil ich immer sage, was ich will, habe ich in meinem Leben leider lernen müssen, wo ich in der ganzen Welt unterwegs war, während meiner beruflichen Reisen, habe ich gemerkt, wenn du nicht reagierst, wenn du was brauchst, dann wirst weder ausschlagen oder verjagt. Beides ist nicht angenehm und damit habe ich begonnen, immer das zu sagen, wo ich denke, ist im Leben auch nicht immer einfach, aber ich halte es einmal so, jeder weiß eigentlich bei mir dran, weiß aber, wie er dran ist, weil ich ihm das klar ins Gesicht sage und meine Mitarbeiter haben das zumindest immer geschätzt. Ein Rohrprojekt, das erste Jahr der Aufbau, da man die Realität gesehen, wir haben aber im ersten Jahr, ich glaube zwei waren dabei, bei so 80 Prozent und dann im zweiten Jahr habe ich gesehen, jedes Jahr kommt bei uns eine neue Linie rein, weil wir haben so viele Linien, die bis heute noch nicht durchgetestet sind, das würde einfach meine Kapazitäten sprengen, wir sind insgesamt, wir haben einen Koordinator, wir haben einer, der die ganzen Pedigrees schreibt und nebenbei Organisationen macht und fallweise habe ich dann, um die ganzen Kunstschwärme zu machen und alles habe ich ein, zwei Personen, die Kisten schleppen oder helfen zu transportieren und wenn sie aber die Betreuung mache ich generell selber, ich weiß, ich bin dort komisch, aber Züchter, ich Bienenvolk, das ich nicht gearbeitet habe, das gehört mir nicht, das schenke ich einem, dann kann er am Jahresende schauen, was er daraus gemacht hat und wie meine Bienenvölker reagiert haben, also wie gesagt, ob das ein Selektionsvolk ist, ob das ein Varroa-Volk ist oder ein Projektor-Volk ist, gearbeitet werden diese Völker immer von mir selber, da muss einer schon lange bei mir sein, Daniel zum Beispiel, Daniel ist einer, der heute Berufssinn kriegt und immer wieder mal kommt, das ist einer, der bei mir wirklich mal am Bienenvolk arbeiten kann, aber sonst kenne ich momentan bei all den vielen, die bei mir waren, noch keinen, der am Bienenvolk jemals im Brutraum gearbeitet hat. Wenn ich größer wäre wie ein Mandel, dann müsste ich auch meine Koordinationen machen und ein Ding, aber ich studiere eine Geschichte im Bienenvolk, ich habe auch dort, ich schreibe nicht wie, ich habe keine Bücher, ich habe Kollegen, die haben zweieinhalb tausend Bienenvolk, ich weiß, jeder Stand hat ein Buch, alles wird geschrieben, ich habe hinter meinem Kasten, das hat mein Sohn kreiert, die Kastennummer, und dann mit Initialen, was ist da drinnen, Beline so und so, Belegstelle so und so, und dann kommen geschlichtete Erntemengen dazu, und wenn ein Problem ist, für das habe ich einen Punkt, eine Königin, wo ich sage, noch einmal, dann habe ich schon eine hier, dann kommt ein Strich hin, da muss ich nicht ein Buch schreiben, und als weiterer Ding, dass man so viele Völker beurteilen kann, mit Projekten und so weiter, jedes Bienenvolk ist für mich so, Geschichte, dann kann ich schnell urteilen, und 80 Prozent meiner Prüfeinheiten sind bereits am 15. Juni, brauche ich nicht mehr, was passiert da, die werden nicht mehr intensiv beobachtet, es kommt nur das Ernteergebnis dazu, und wenn die Geschichte dann doch noch, weil eine späte Silvie tracht oder Tannentracht kommt, und die ist in ein Virusvolk gekommen im letzten Jahr, mit einer Scheißkönigin noch dazu, hat den ganzen Frühling nicht ihre Dinge gebracht, dann kommt die zu diesen 20 Prozent der intensiv geprüften Völker dazu, und wird im nächsten Jahr im Frühling, um den Schwarmtrieb endgültig zu testen, ob sie wirklich so stabil ist, um die Leistung zu testen, um die neuerliche Virulenz, wie ist es da, hat sie in diesem Jahr voll überwintert, ist sie im Frühling bei der Spitze dabei, dann nehme ich die ins Suchprogramm zurück. Was habe ich Arbeitsaufwand zu machen, dass man sagen kann, ich habe schöne Bücher, wahrscheinlich Propolis verschmiert, ich habe keine Handschiffe bei Wien und ich muss schnell arbeiten. Ich habe da absolut nichts verloren und ich würde diese extreme Bürokratie, ich habe es im Leben gehasst, wir haben viel zu viel Bürokratie, arbeiten zu wenig Effizienz, mit zu wenig Aussagen, wir abgewöhnen, wir können in Mitteleuropa wirtschaftlich nicht mehr existieren, weil wir zu viel Bürokratie betreiben. Wir meinen, wir sind todmüde am Abend, dabei haben wir den Bleistift gespitzt dreimal und den Computer reingeschaltet und den ganzen Tag gearbeitet, aber wir haben viel zu viele, die dort sitzen und keine effizienten Aussagen bringen trotzdem. Das erschlägt jeden, ist auch logisch. Also zurück mit Bürokratie, lieber mehr am Volk stehen, bessere Diagnostik machen und ich glaube, ihr werdet es, speziell auch in der Vorroher Geschichte, viel, viel schneller hinkommen. Ich glaube, jetzt habe ich eigentlich sehr viel geschnattert, habe ich ein bisschen eingeheizt. Beim Projekt, wie gesagt, die ersten zwei Jahre waren hart. Im dritten Jahr haben wir dann eigentlich das Niveau schon bei rund 50%, darunter war eigentlich nichts mehr. Es gab eigentlich nur eine Gruppe, die ganz interessant war. Wir haben aus dem Institut Sochi habe ich Kaukasium Material importiert gehabt. Da haben wir die Erstkreuzung mit einer Backfass Rennsing gemacht von Adam noch die S6 Pol weiß damit was man hat oder die Züchter und diese Linie das war ganz interessant die hat entweder bis zu 100% VSA gehabt also kaum 2-3 Prozent darunter oder sie hat null VSA gehabt Das war ungefähr halb halb war das gut korrigiere mich wenn das nicht so war Interessant war eines alle die null VSA hatten haben bis heute keine einzige lebende Milbe im Volk Die Milben sind in der Brut getötet alle Ausleser haben gesagt was ist da los ich weiß gar nicht wie viel mal das sie gerufen worden ist und das haben wir heute aber schon bei zwei oder drei verschiedenen Herkünften haben wir das gesehen dass also ganz wenig VSA ist aber die Wienen haben kein Problem mit der Varroa also wie gesagt soviel zu euren Projekten was wir da diskutieren was soll wir machen das große Projekt das VSH Projekt wo schon sehr weit ist wo natürlich auch eine gute Werbung hat von Amerika mit dem Ding dem ganzen Ding eigentlich auch der weiteste Fortschritt erzielt worden ist soweit ich weiß oder sind es noch andere Sachen die reinkommen ich glaube nicht dass ein Kriterium alleine das Problem lösen kann wir sind weit aber ob das reicht bin ich mir nicht sicher wenn wenn ich letztes Jahr den französischen Wissenschaftler in Italien gehört habe ich habe in Bologna den Züchter Vortrag für die italienischen Imker gehalten und da ging die Diskussion schon los Stickstoff Hausräum verhalten Stempel der hat der hat uns knallhart bewiesen dass es gibt der Stempel ist absolut sinnlos er ist nur in Einzeln Nadel mit 0,4 Millimeter Stärke dann wird die Made zerstört ansonsten hat er nachgewiesen dass mit dem Stempel wo jedes Bienenvolk von 100.000 anders ist das gibt es nicht zweimal das gleiche haben diese Stempelproben sehr viele Maden sind ganz einfach gepflegt worden eigentlich wie wenn wir unser Heftpflaster gibt haben die den Nadelstich praktisch überlebt und dementsprechend waren die Ergebnisse eigentlich schlecht erst wo man dann mit dem einen Ding begonnen hat mit der starken Nadel ist das Ausräumverhalten dann wesentlich besser geworden interessant war auch wenn euch das noch interessiert die Stickstoff Ding die wo am besten und am schnellsten ausgeräumt worden sind waren bei der Nadelprobe die schlechtesten also auch dort sind die Meinungen komplett konträr und das müsste man eigentlich alles überprüfen ich habe leider keine Zeit aber ich denke es wird sicher entweder Wissenschaftler wenn sie Doktoranden oder etwas haben dass man das was dieser Franzose ein junger französischer Wissenschaftler das was der uns auf den Tisch geknallt hat das ist interessant zu hören wir meinen doch alle wenn wir den Nadeltest machen oder den Stickstoff test das sind verlässliche Indikatoren dass das Volk gut ausräumt oder das ich bekomme von der Wissenschaft präsentiert also ist nicht so also das sollte halt schon eine klare eindeutige Meinung sein dass wir auch draußen in der Praxis den Auftrag haben wir erfüllen das was ihr meint und wenn wir sehen es funktioniert nicht dann wird man halt gemeinsam diskutieren müssen funktioniert nicht was hast du für ein Konzept dass das zum greifen kommt und sonst müssen wir vielleicht ein neues Konzept erfinden ein neues Ausräumverhalten ein neues Testverfahren also wie gesagt wir sind 2033 für mich wenn morgen alle auf hohem Niveau einsteigen würden wenn alle ihre Hausaufgaben machen würden wenn wir keine neuen Virus Epidemien haben die am meisten befürchte in Europa wenn all das wunderbar laufen würde würde ich sagen 2033 wir haben die ersten zehn Jahre in der Barroa Geschichte gemacht wo wir unsere Hausaufgaben begonnen haben zu lösen wenn wir 40 50 Prozent durch saubere Belegstellen saubere Besamungen natürlich alles also die Besamungen massiv gesteigert wenn wir das machen über das Bundesgebiet wenn wir Österreich die Schweiz dazunehmen würde ich auch natürlich sehr gerne Italien dazunehmen weil dort ich sage doch sehr große Imker sind und momentan eine Aufbruchstimmung ist dass endlich gezüchtet wird dass die meine Lieblingsbiene eigentlich die Ligustiker gibt es noch zwei Herkünfte in Italien die der Ligustiker entsprechen alle anderen Ligustiker sind in Italien hoffnungslos verbastet also Italien ist als das Ursprungsland der Ligustiker nicht mehr vorhanden die zwei Projekte sind ich habe die jetzt im Oktober angeschaut die Insel Forgilio wo die zwei Drohnenlinien gewechselt werden ist eine Biene die relativ weich ist die Standard sind glaube ich von Rutter gekommen ich würde mit ihm gerne streiten dass die Ligustiker die er als reine Ligustiker macht absolut keine reine Ligustiker ist ich habe aus alten Imker Familien die drei vier fünf Generationen mit Ligustiker gearbeitet haben Ergebnisse bekommen dass die Ligustiker so um 1900 bis 1910 plötzlich die Brutkurve im Spätsommer massiv nach oben macht und dass dadurch ein Bruteinschlag kommt und die Bienen extrem viel fresten keine Biene in der nördlichen Hemisphäre würde aus natürlichem Ding ohne Fütterung im August noch einmal so stark brüten wie es die Ligustiker heute macht in den Herkünften die wir haben was heißt das wenn man die ganzen damals im österreichischen Berufssimkerbund zwei Perioden im Vorstand und da haben wir nachgeforscht weil dieser Rassekrieg da war um 1880 bis 1910 sind zehntausende Zyperrköniginnen nach Italien und Österreich importiert worden und eine späte Brutkurve hat immer zur Folge dass das Individuum aus dem Süden kommt weil dort ist der zweite Frühling und im zweiten Frühling muss nach dem harten Sommer der ist wie bei uns der Winter wo die Populationen mehr leiden wahrscheinlich wie bei uns im Winter muss der zweite Frühling die Population in die Höhe bringen um die kurze Phase von Mitte November bis Mitte Jänner mit einem starken Bienenvolk dann in den Bauerfrühling hineinschickt weil im Mai ist alles schon wieder vorbei und das erfüllt die Ligustik in diesen so wie sie jetzt im Printing ist meiner Meinung nach überhaupt nicht also ich glaube dass in der italienischen Ligustik entweder amerikanisches Material drinnen ist das als sehr weich anzusehen ist oder es ist eine Mutation bei den zwei Linien wo eigentlich das Orange von der Zypera im ersten Segment stark zum Tragen kommt aber ich werde auch jetzt nicht länger langweilen es warten noch viele andere danke euch fürs Zuhören wünsche euch viel viel Energie Kommunikation mit anderen das ist das wichtigste in dieser Sache egal wo die Leute herkommen ob sie aus Polen kommen ob sie aus der Schweiz kommen ob sie aus Österreich kommen werfen wir einen Stein Kriege haben wir genug legen wir wenigstens unser Kriegsbeil für die Wiener für die Varroa Ende tief zwei Meter tief stapeln das mit dicken Steinen wo wir das nicht mehr rausholen können machen das zu arbeiten effektiv mit der Kraft die wir dann überschüssig haben für unsere Bienen schauen dass wir auf rohrfeste Biene so schnell wie möglich kommen und vor allem dass wir etwas tun wo endlich der Biene gut tut vielen vielen dank vielen dank lieber eugen danke dass du uns den kopf gewaschen hast bitte und vielen dank dass du dein wissen und deine erfahrungen und uns noch mal weiter gegeben hast und dieses zuchtprojekt das ist so wie du sagst das müssen die imker und züchter machen und wir brauchen dazu die institute als dienstleister und wir müssen sagen was für welche dienstleistung wir brauchen ohne dem geht es auch nicht danke ein kleines geschenk gibt es das ist ein hernhuter stern hernhut ist ein ort in ostsachsen da gibt es die evangelische brüdergemeinde die haben sehr erfolgreich missioniert überall in der welt das ist eine kleine gemeinde evangelische aber die haben in afrika und so haben die stattliche zahlen missioniert und so einen stern hängt man sich zu weihnachten hin und wenn du den stern siehst und das gesehen hast da weißt du musst noch ein bisschen missionieren dass alle von varroa resistenz gehört haben danke eugen so eugen eugen bleibt noch mal bitte da leg das mal hin dein geschenk leg das leg mal dein geschenk ab wir haben noch was besonderes vor jetzt muss ich ganz kurz mal meine position ändern und jetzt spreche ich als zweiter Vorsitzender der Gemeinschaft der europäischen Backfast Imker zu dir weil wir dich da haben und weil du gesagt hast du kommst nach Dresden und weil das ein würdiger Rahmen ist wollen wir dich gerne mit den Job von Prag Preis ehren der Job von Prag Preis der wird insgesamt nur fünfmal verliehen er wurde schon zweimal verliehen an Leute die entscheidend sind für die Backfast Zucht und dass die Backfast Biene überhaupt so gibt und dass es unsere Gemeinschaft gibt das erste Mal wurde der Preis an Jean-Marie von Dijk verliehen da hat das Pettigree geführt Backfast Zucht ist im Prinzip Stammbaum Zucht und er hat jahrzehntelang für die Gemeinschaft den Stammbaum gezüchtet ohne ihm gibt es die Backfast Biene nicht den zweiten Preis hat der Josef Kollach bekommen und den dritten bekommst du ganz kurz noch mal zur Erläuterung der Job vom Park Preis ist im Prinzip auch seine Witwe hat das abgesegnet die hat auch den ersten Preis überreicht und das symbolisiert dieses genetische Schema das jeder Imker von Job von Prag kennt das hat eine italienische ne eine spanische Töpferin für uns gemacht und das ist was ganz Besonderes und die Ehrenmitgliedschaft der GdB hängt natürlich auch dran Eugen Eugen also nochmal von mir ist ganz schön schwer hätte man jetzt gar nicht gedacht Wir sind ja auch in dem Plenarsaal deswegen finde ich es auch immer ganz gut dass man diese Diskussion hat und ich glaube hier in Sachsen gab es schon andere harte Diskussionen aber auch heute hast du das gut gemacht und ich habe auch mal geschaut wenn man sonst die Plenarsaal sieht dann sieht man immer die Leute einschlafen an irgendwelchen Stellen das habe ich also hier überhaupt nicht gesehen deswegen hoffe ich dass du zwar gesagt hast es ist dein letzter Vortrag gewesen aber vielleicht können wir dich doch noch mal bewegen mal schauen wir versuchen es auf jeden Fall im Namen der Gemeinschaft der Europäischen Backfast imker finden wir sehr wichtig dass wir dein Lebenswerk damit halt ehren der war auch sehr gemein ich habe immer nach mittag meine Vorträge und ich weiß dass die Leute nach dem Essen müde sind also muss ich sie ein bisschen beleidigen entschädigt vielleicht dass ich mit auch hart war damit seid so wenigstens wach geblieben danke vielleicht solltest du noch eine Karriere als Politiker anstreben deine Rede war für ein Parlament war das doch würdig solche Reden wünscht man uns von unserer Politiker danke Eugen jetzt machen wir noch ein schönes Foto und dann und ja ich würde jetzt ein paar kleine Worte das war eigentlich für vorher die Laudatio gedacht ein paar kleine Worte noch über unser Zusammentreff erzählen da gab es so eine Erinnerung bei mir ich war 2003 das passt sehr gut zu den letzten Wochen da war ein sehr großes Hochwasser am Bodensee das war im August wir sind runtergefahren mit meiner Familie haben Urlaub gemacht und haben Eugen besucht viele von hier waren oder ein Teil war schon beim Eugen das war noch bevor er umbaut hat man fährt auf seinen Hof stehen da viele Bienen das ist nichts spektakuläres dann komme ich da hin begrüßen uns und ist hinten eine Plane und dann habe ich halt runter geguckt und habe gedacht ja gut da hat Zuckerwasser gelagert bis ich dann mit gekriegt habe da saß hat 5 Tonnen Tannenhonig außerhalb im Garten im Hof bloß mit einer Plane zudeckt weil er 2003 so gutes Honig er hat dass er nirgends mal den Honig unter gebraucht hat dann hat noch Tannenhonig im Freie gelagert das macht man halt mal wenn man Eugen heißt ich sage immer er ist ein bisschen ein bisschen ein verrückter ist er schon aber positiv verrückt ich habe ihn sehr viel besucht nachdem ich dann 18 war bin das war 2009 bin ich öfters mal zu ihm reingefahren manchmal vier manchmal fünf Tage manchmal bis zwei Tage und was man erlebt hat wenn man auf Belegstellen fährt positiv sage ich ist ein Wunder dass wir zwei noch leben also er ist manchmal wenn dann abends spät war und wieder gekommen ist auf den Bergstraßen wie er fährt das ist einfach nur verrückt mittlerweile wird er älter er fährt langsamer jetzt ist alles gut aber damals hat man schon so vater gehabt da geht es halt 300 meter runter aber ist okay wir sind rum kommen um die curve und auch wie Eugen das gemacht hat in seiner Zeit wo er Chef im Krankenhaus von der Großküche war und die Bienen ich war bei ihm drinnen manchmal vier manchmal fünf Tage ich kann mich erinnern wir sind manchmal zurückgekommen vom Schwarzwald nachts zum H12 dann haben wir abgeladen dann haben wir noch ein Bier trunken in der Küche dann sind wir um halb eins ins Bett dann ist so der dann zu mir gesagt ja morgen vormittag ich bin ein bisschen im Geschäft machst das und das ja gut um dreiviertel drei kleppert es in der Küche also mit halb eins ins Bett dreiviertel drei kleppert es in der Küche dreiviertel drei geht eugen ins Geschäft dass er mittags um zwölf wieder Feierabend hat und das hat er über tage wochen im Sommer gemacht wo ich denke heutzutage klagen viele über Work Life Balance Probleme mit 35 Stunden also mit 38 Stunden klagen sie drüber und brauchen 35 Stunden ich glaube eugen hat 22,5 Stunden pro Tag geschafft das hält mir normal nicht aus ich weiß nicht wie er es schafft dass er immer noch so dasteht und ich muss sagen ich habe sehr viel von ihm gelernt und was ich bei ihm gelernt habe kann ich jedem empfehlen geht bei anderen Leuten mit am meisten kann man immer nur mit die Augen klauen ihr lernt nichts wenn ihr Schaubilder anguckt ihr lernt nichts wenn ihr YouTube anguckt gange bei Leuten mit wo ihr seht das war für mich am Anfang faszinierend jeden Kasten wo der Eugen auf gemacht hat sei es im Januar sei es im Mai sei wenn er einen Kasten auf macht ist der voll mit Bienen egal zu welcher Jahreszeit der ist immer voll mit Bienen und egal welcher Kasten du kannst da auch einen raussuchen du findest keinen wo nichts drin ist das ist einfach so und das hat mich so fasziniert und er hat ja den Züchterpreis bekommen da habe ich jetzt noch ein paar Eckdaten er hat 1962 angefangen mit Bienen da habe der das jetzt ja ein bisschen übernimmt mit ihm Eugen macht noch mehr Bienen er macht jetzt mittlerweile die Vermarktung und Eugen hat angefangen mit sagen wir mal so Landrasse früher hat man gesagt nicht so imkerfreundlich heute wird man vielleicht sagen abgründig aggressiv die Hähne schon verfolgt bevor man sich gesehen hat und dann hat er relativ schnell einen Vermehrungskurs gemacht hat dann Jahre drauf direkt mit der ersten Königin selber gemacht war dann bis 1988 ein anerkannter Kannikar Züchter hat dann am Beginn Material gekriegt von Franz Fernbach 1990 hat er dann Material von Bruder Adam gekriegt die haben sich leider nie kennengelernt so viel ich mit gekriegt habe und er hat sehr akribisches Arbeiten über viele Jahre betrieben also ich Zucht ist nichts was man drei Jahre macht und drei Jahre nicht mehr weil nach drei Jahren hat man noch nichts erreicht man hat vielleicht nach zehn Jahren etwas erreicht aber wirklich erreicht in der Bienenzucht denke ich mal unter 20 30 Jahre ist wenn man nicht jetzt vielleicht die Eindruhen besammel mal ausklammert konventionelle Zucht über viele viele Generationen und was mich immer wo ich mir das auch immer abguckt habe das Auge also wenn man einen Kasten aufmacht der Laie macht einen Kasten auf sieht Bienen die meisten Imker machen den Kasten auf die sehen Bienen die sehen Brut die sehen Honig dann gibt es Imker die machen den Kasten auf die sehen Bienen Wabe Brut Honig vielleicht eine Weißelzelle vielleicht schöne Brut vielleicht schlechte Brut und wenn der Eugen einen Kasten aufmacht dann hat er auf einen Blick gefüllt 250 Informationen und das zu sehen und zu verarbeiten und einzuschätzen das ist auf der einen Seite eine große Kunst und auf der anderen Seite wahrscheinlich eine Gabe die auch nicht jeder hat das muss man ganz klar sagen das in dem Fall ist es wieder der Perfektionist oder der ist eine Gabe das kann man durch Arbeit kann man nicht alles wegmachen manchmal braucht man auch ein Talent dafür ab 2018 hat er selber gesagt war das jetzt noch ein weiteres ich sag mal das ist nicht ein Zuchtziel Zuchtziel VSH oder Varroa sensitive Hygiene oder Varroa Toleranz oder was auch immer wie man es nennt das macht er schon länger aber seit 2018 dann halt mit der Eindrohmbesammlung wo sich dann halt der Fortschritt sehr beschleunigt hat also das war einfach nochmal ein Zuchtweg wo das beschleunigt er hat lang darüber geredet ich bin der gleichen Meinung die Eindrohmbesammlung ist schön und gut was zu finden aber kein Tool das man auf Dauer anwenden sollte allein wegen der Genetik und vor dem Hintergrund was Eugen in seinem Leben alles erreicht hat hat er jetzt vorher den Job van Braag bereits schon bekommen und ich hoffe dass er das noch zumindest mit der Zucht noch ein paar Jahre weitermacht Vorträge wird er ja nicht mehr halten aber ich denke mal die Biene wird er noch ein paar Jahre erhalten bleiben und in dem Sinne hoffe ich dass wir auch noch öfters miteinander zu tun haben Dankeschön Daniel Eugen das war die Laudatio wie sich zu einem ordentlichen Preis dazugehört Ich bin das erste Mal ich weiß nicht wann das war zu Pol gefahren und ich glaube es gibt in Europa denke aus Rungszwein Punkto Sauberkeit im Bienenvolk überall wo ich hinkomme ich sehe gequetschte Bienen ich sehe Wirrbau das sind das sind zwei Sachen wenn ich das in einem Bienenvolk sehe dann habe ich den Horror und ob ich am Tag 100 Völker mache oder einmal im Extremfall 150 Völker werdet ihr bei Pol oder bei mir keinen dreckhaften Rämpchen sehen wir züchten Bienen die sauber sind aber wir tun auch das Notwendige dazu dass das Individuum von uns gepflegt wird und wenn ich aufmache es schaut doch anders aus wenn es sauber ist und das kann jeder machen das ist in Italien in den Betrieben wenn ich das sehe ähnlich wie ich heute mit den Wissenschaftlern nicht ein bisschen nerv umgegangen bin genauso sage ich zum Imker Manfredini wenn er 18.000 Völker hat dann sage ich Manfredini du bist für mich einer der größten Imker den ich kenne aber ihr seid Schweine wieso bringst du deinen Imker nicht bei dass der Kasten sauber zu sein hat weiß ich wie viel Wachs Propolis auf jedem Kasten man quetscht ihn zu es gibt hunderte tote Bienen die werden das ganze Jahr nicht weggemacht so stelle ich mir das nicht vor wir vermarkten unsere Produkte da sind wir sehr stolz dass wir eine super super Qualität haben und wir vermarkten das zu 100% bei unserem Kunden auf Märkten im Hofladen wir haben die beste Resonanz und dann macht es Spaß wenn der Kunde sagt euer Honig ist mit Abstand der beste das sind saubere Qualitäten der hat wenig Wassergehalt das ist einfach etwas anders als wenn ich einen normalen Honig kaufe dann kann ich einen guten Preis erzielen und ich habe eine Win-Win-Situation der Kunde empfiehlt mich weil das Produkt gut ist denkt dran also wie gesagt wir haben uns damals wenn wir uns in Kassel getroffen haben das vielleicht Sie sind nicht alle von der Gemeinschaft hier es hat uns jedes Mal gefreut wenn wir hingekommen sind wir haben diskutiert mit den alten Friedschauf Huber Bremen Paul ist am Abend meistens später noch dazugekommen in guten Zeiten wo Thomas Rüppel noch öfters bei uns war das waren Diskussionen das waren Werte die diskutiert worden sind wir haben uns ausgetauscht ehrlich ausgetauscht und das fehlt heute ein bisschen auch die Familie ist einfach ein bisschen auseinandergewachsen ich hoffe mit ihm dass mit Dino diese Familie wieder enger zusammenwächst dass wieder dass es eine Pflicht ist auch wenn man älter ist zur Jahreshauptversammlung zu fahren dass man andere Termine vielleicht wieder verschiebt aber das hängt davon ab wie eine Vorstandschaft zwischen Mitgliedern steht und die Mitglieder mit den anderen Familie aufbauen das sind Werte die in der Gesellschaft heute gefragt sind und dann findet auch ein anderer Austausch statt natürlich kann ich in die Schule gehen ich lerne auch dort was aber ich werde niemals dieses Know-how bekommen als wenn ich einfach mit den momentan Besten diskutieren kann wohl danke für die schönen Stunden auch wo wir diskutiert haben nicht mehr Dankeschön nochmal Eugen vielen Dank und danke an Daniel Daniel ist übrigens ein junger Berufsimker mit über 300 Völkern tollen Betrieb aufgebaut so eine Imker brauchen wir mehr wir brauchen Berufsimker das ist das ist Vielen Dank.